so wunderschönen guten abend meine lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren update video zu bitcoin und ethereum leute es ist passiert was ich seit wochen und monate sage wir sind unter die 25.000 gefallen gehen wir gleich auf die charts darauf ein was ist heute im laufe des tages passiert übergeordnet vier stunden time frame sehen wir wir haben dieses drei nach unten hin verlassen ja gesagt es ist halt ein chartpattern nach sk system ein mögliches fake hold allein aber ich habe darauf hingewiesen es muss sich nicht ausspielen weil wir auf dem beinen start auf dem spot markt ja haben wir hier nicht wirklich ein sehr tiefes low ja auf dem futures chart sah es anders aus ja aber weil wir hier nicht so ein tiefes tief hatten auf dem beinen start habe ich gesagt muss es sich nicht ausspielen als fake hold allein und so war es dann auch im endeffekt ja sind immer nur nach wahrscheinlichkeiten ja und ich muss halt auch den spot markt zur rate ziehen und dann gehen wir auch gleich darauf ein noch mal aber erst mal bleiben auf dem bit gett schaut bei bei bitcoin also wir haben hier dieses dreieck nach unten durchbrochen sind knapp unter die 25.000 us dollar rein ich bin jetzt in einem long drin stop loss wie gesagt zwei prozent darunter nächster entry dann beim 61 8 stop loss dann wieder zwei prozent darunter und dann wieder beim 66 7 stop loss wieder zwei prozent darunter mein ganzes trading ja meine ganzen order habe ich letzte woche in einem ausführlichen update video für euch hochgeladen mit dem titel meine genaue trading strategie für den großen trendwende bereich sowas in der art schaut gerne an der playlist von bitcoin und ethereum da habe ich alles ausführlich erklärt ich bin jetzt auf jeden fall in einem long drin und schauen wir mal ob das hier der boden ist wie gesagt wir müssen auch auf den beinen schaut gucken weil da haben wir nämlich etwas interessantes wir haben jetzt hier auf dem beinen schaut haben wir diese gelbe sequenz hier gefinished wo ich gesagt habe wo wir hier unten waren bei 25.150 bei diesem low auf dem beinen schaut und sind danach hochgegangen in einem bc korrektur habe ich schon damals so exakt vor über zwei wochen glaube ich ungefähr vor zwei wochen habe ich gesagt wir müssen aufpassen ich gehe davon aus dass wir diese sequenz noch finischen und unter die 25.000 us dollar gehen könnten wahrscheinlich gehen könnten das sage ich seit wochen ja schaut gerne meine videos an die letzten wochen sei es immer wieder nur das wie wir runterkommen das tut sich oder kann sich täglich ändern täglich sogar mehrmals ändern deswegen ist es hier wichtig auf meinem kanal täglich einzuschalten die ganzen update videos sich immer reinzuziehen ja wir könnten jetzt hier den boden gefunden haben wir haben hier ein lower low auf dem beinen schaut wohlgemerkt aber ist ein sehr sehr aussagekräftiger schaut weil es spot ist hier hier einmal hier ist der wahre markt ja nicht futures markt für das ist da bloß eine mögliche preisbewegung im voraus handeln also wir haben hier ein lower low diese gelbe sequenz gefinished ja wunderschön hier b runter nicht ganz gefinished hoch in einem pc korrektur level runter zack sequenz gefinished wir könnten jetzt hier den boden tatsächlich bei den 25.000 us dollar haben aber dann gehen wir gleich auf den 15 mit dem time frame ein wir haben hier ein neues tief und wir haben hier auf dem vier stunden time frame haben wir hier eine riesen bullische divergenz dass ich das was ich auch schon seit wochen gesagt habe ich will dass wir hier ein neues tief bekommen aber hier auf dem rsi kein neues tief und ihr seht hier eindeutig eine riesen bullische divergenz ich gebe davon aus dass wir bei bitcoin noch ein stück runter kommen da gehen wir auch gleich darauf ein auf den 15 und ein film warum ich das denke aber stand jetzt sollten wir nicht noch extrem tief runter gehen würde diese bullische divergenz bestehen bleiben ist jetzt hier leichtes lower low deswegen aber ich gehe davon aus dass wir noch etwas tiefer gehen ein bisschen aber selbst dann dürfte es halten auf dem tagestime frame genau das gleiche wir haben hier ein neues low aber auf dem rsi da ist es nicht ganz so offensichtlich aber wenn man es vergrößert sieht es natürlich dann schon besser aus ja das ist der tagestime wenn ihr seht wie viel luft wir nach unten noch haben also wir können hier sogar mit dem kurs noch ein ganzes stück runter gehen und die bullische divergenz würde bleiben auf dem tagestime frame und das ist ein sehr starker indikator für eine mögliche bodenbildung ja ihr seht hier sind ja auch auf dem tagestime frame auf meinem rsi sind wir im stark überverkauften bereich unter den 35 punkten sieht erst mal gut aus dass wir wirklich hier bei 5 knapp unter den 25.000 us dollar den boden erst mal drin haben oder zumindest mal eine starke gegenreaktion nach oben sehen könnten nicht müssen aber könnten ja also wie gesagt ich gehe davon aus dass wir noch mal ein tieferes tief bekommen bei bitcoin und einfach aus dem grund hier gehen wir auf den aufs daytrading setup und da sehen wir das was heute morgen was jetzt heute morgen im update video gesagt habe deswegen ist es so wichtig wenn man daytrader ist oder der markt täglich handeln will ist es imminent wichtig alle videos anzuschauen heute morgen habe ich das hier erst gesagt dieses szenario dass wir von dieser gelben box hier womöglich einen abverkauf sehen können und es war glaube ich was war es hier sechs stunden später kam der abverkauf nach unten deswegen wir können jetzt zusammen hier den chart aufräumen das hier raus die grüne sequenz hat sich natürlich nicht ausgespielt dann ist das hier in dem fall auch weg so jetzt handeln wir nunmehr die gelbe sequenz dies auch bestätigt hunderte level auch rausgenommen sieht alles nicht so schlecht aus und hier ist das ziel aber genau wie es morgen gesagt habe sollten wir hier kein neues high generieren könnte der markt auf die 24.5 24.548 runtergehen bis zu genau 24.200 us-dollar und das ist auch mein wahrscheinliches szenario dass wir auf die 24 5 gehen könnten und von hier aus tatsächlich dann ein up move zumindest mal eine erholung sehen könnten dann müssen wir gucken wie der markt reagiert das ist auf jeden fall das hier heute morgen erst eingestellt hat leute müssen aufpassen der markt spielt sich hier nicht so aus wie ich es gerne hätte die reaktion nach oben war nicht so stark wie ich es gern gehabt hätte aus diesem grünen bereich wo bis ich bisher eben noch drin war hier markt jetzt seht ihr was ich meine ja und deswegen ist es so wichtig meine videos wenn ich schon zwei mal updates videos mache am tag auch beide anzuschauen nicht abzuschalten nicht nicht zu sagen tut sich eh nichts nein es tut sich was ja day trading setup tut sich eigentlich immer etwas es gibt auch tage da tut sich nichts aber in der regel tut sich was also ich gehe davon aus dass wir hier diese sequenz noch finishen wie gesagt in den bereich von 24.547 bis 24.200 us-dollar von hier aus erwarte ich mir ein bounce nach oben und wenn wir das jetzt auf den vier stunden time frame angucken dann hätten wir das hier und gucken wo uns das hinbringen würde wir seht es hier es würde uns auf dem bild geht schaut genau hier zum 61 8 wo wir das letzte low hatten würde es uns hinbringen wir könnten so ein doppelt im boden generieren wenn man das so nennt hier mega bullische divergenz stand jetzt müssen gucken wenn der markt tiefer geht falls sie tiefer geht ja stand jetzt haben wir hier exakt am 559 reagiert bei 24.956 us-dollar exakt fast auf den dollar genau damit ihr seht wie diese levels immer wieder respektiert werden also aber hier das 61 8 die 24 228 us-dollar sind für mich also 24 5 bis 24 228 in diesem bereich kann ich mir gut vorstellen dass wir von hier aus mit einem doppelten boden die wände nach oben sehen können ob wir es machen weiß ich nicht ob wir so tief fallen weiß ich auch nicht es ist nur eine möglichkeit und diese möglichkeit würde sich verwahrscheinlichkeit renommen wäre wahrscheinlicher wenn wir jetzt hier eine kleine erholung sehen und aus diesem bereich hier von den 25.342 us-dollar bis zu den 25.658 us-dollar hier nach oben gehen so und aus diesem bereich weiter abverkaufen dann sieht es nicht schlecht aus dann können wir tatsächlich soweit runter gehen aber da gibt es natürlich hier auch wieder ein aber wir sind hier wenn wir uns den stunden time frame angucken wir sind hier immer noch in diesem internen bullischen blauen trendwende bereich der geht von 25.078 bis 26.209 wir haben hier das 78 6 schon abgegriffen also dieses szenario ist noch nicht vorbei wir könnten auch hier immer noch jetzt nach oben bouncen und glaube ich zwar eher weniger mir gefällt dieses szenario dass wir noch mal tiefer gehen gefällt mir persönlich besser aber wir müssen nicht noch tiefer gehen ja wir sind schon einmal knapp und die 25.000 gegangen aber trotzdem ich gehe davon aus dass wir hier runter gehen 24 5 ist mal so eine marke wo ich mir denkt dass der markt hingehen könnte ja und wie gesagt wenn ich dann sehen wir den markt hier noch ein stück herunter ich zeichne euch für euch mal die ganzen für levels ein für die ganzen leute wurde das große update video nicht angeschaut haben also dieser bereich hier ja wir sind jetzt bei 55 9 reagiert dann nächste level ist die 24.264 us dollar es ist genau das hier wo wir dieses level haben 24.200 61 8 bei 24.264 us dollar also dieser bereich ist wahrscheinlich ja jetzt stimmt da seht ihr es da haben wir hier auch diese große von dieser großen abwärtsbewegung von dieser gelben hier auf den vier stunden time frame wenn wir uns das hier anschauen liegt auch hier der zielbereich auch hier überschneidungs bereich mit dem 61 8 also es ist für mich wahrscheinlich dass wir hier tiefer gehen auf die 24.200 us dollar respektive 24 5 24 2 sowas um den dreh herum ist für mich wahrscheinlich bei bitcoin aber wie gesagt ist das szenario wird sich noch bekräftigen sollten jetzt hier hochgehen und dass diesen pc korrektur level nach unten abverkaufen ziele 24 5 bis 24 2 würde perfekt passen und dass wir dann von dort aus mit einem schönen doppelten boden womöglich dann die rakete nach oben sehen ja der markt kann aber auch locker bis 22.000 runterfallen selbst dann wenn wir noch deutlich im bolischen szenario selbst wenn der markt unter die 20.000 fährt unter die 19.000 sind wir immer noch bullisch unterwegs ja aber dass sie mal beobachten leute wie gesagt dieser bereich hier dieses pc korrektur level sollten wir hier raus reagieren dann erwarte ich dass wir runter gehen meine orders liegen bereit wir sind im long drin wie ich schon seit wochen zu euch gesagt habe gehen wir noch zu ethereum auch bei ethereum haben wir jetzt hier noch nicht mein ziel level angelaufen wo ich euch gesagt habe ich wollte dass der markt auf die 1530 runter geht ja tiefstand war bei 1546 us dollar auch hier sind wir aus diesem dreieck nach unten ausgebrochen können wir uns auch rausnehmen so übergeordnete szenarien kennt ihr vom sonntags update auch hier bei ethereum hätten wir auf dem tagestimeframe eine bullische divergenz aber die ist nicht so stark wie bei bitcoin also bei ethereum könnte es etwas brenzliger werden sagen wir es mal so nichtsdestotrotz schauen wir hier auf den daytrading setup und auch hier heute morgen erst durchgegeben dieses bärische mit ziel level bei 1545 bis 1523 us dollar genau hier wo ich hier 1530 haben will liegt das ziel level und wir haben es noch nicht gefinisht ja ihr seht da fehlt ein bisschen was aber auch hier erwarte ich mir dass wir das hier noch finischen und auf die 1530 runter gehen könnten sollten ja wunderschön ausgespielt hier dieses bärische auch hier das bullische können wir jetzt hier natürlich rausnehmen das gelbe hat sich nicht ausgespielt war ja sowieso nicht meine primärerwartung auch bei ethereum seit wochen sage ich wir ich will dass der markt hier tiefer geht wir haben jetzt mal hier auch raus reagiert aus diesem lila bereich sequenz ist auch hier jetzt schon bestätigt also wir könnten hier bei ethereum noch etwas deutlich bärischeres an den tag legen und zwar mit ziel level hier bei 1433 bis runter zu 1376 us dollar sollten wir dieses low rausnehmen dann sieht es stark danach aus dass wir hier runter gehen zeichne ich euch auch gleich ein also dass ihr bescheid ist bei ethereum können wir auch noch deutlich tiefer gehen bei bitcoin natürlich auch aber ich erwarte es erstmal nicht ich gehe erstmal davon aus dass wir hier eine reaktion sehen auch bei ethereum bei den 1530 ungefähr erwarte ich eine reaktion wenn wir uns das hier anschauen von der lilla sequenz die ziel level 1376 werde übergeordnet 1376 wäre welch wunder genau das 61 8 wenn ich es richtig sehe schauen wir uns gleich mal an 1376 1434 bis 1376 1434 also das 66 7 wäre es sogar schon ja also 66 7 ist auch noch durchaus möglich hier aber erst mal schauen wir hier in diesem bereich die 1530 wie der markt da reagiert sollten wir hier aus den 1535 kein bullischen move nach oben sehen und dann sind die 1420 möglich in dem bereich 1470 bis 1420 bis rund 1300 us dollar aber davon sind wir noch weit entfernt aber merken liebe leute behalte das im hinterkopf ja also ich erwarte bei ethereum 1530 wie schon seit wochen sage und dann erstmal ein move nach oben eine reaktion müssen wir schauen wie dann der markt hier aus einem bc korrektur level raus reagiert von dieser lilla sequenz wie gesagt müssen wir im auge behalten liebe leute so so weit passt es würde ich sagen ihr seid hoffentlich richtig gut abgedatet jetzt und wie gesagt schaut meine videos täglich an ich mache nicht umsonst zweimal am tag bitcoin und ethereum update weil es ist daytrading ich bin daytrader ich handle in den tag hinein aus in den außen aus dem tag heraus und deswegen jedes video anschauen von mir ich mache das nicht umsonst ja ich mache das um euch abzudaten wie sich der markt verhält wie er sich verändert wie es für uns am profitabelsten ist okay also in dem sinn liebe leute ich wünsche euch einen wunderschönen abend viele gehen hoffentlich und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich morgen früh zum nächsten update video zu bitcoin und zu ethereum und morgen kommt auch noch litecoin dran mal schauen was ich da getan hat okay liebe leute ich wünsche euch einen wunderschönen abend und bis zum nächsten update video euer joe macht es gut ciao ciao leute